Dieser wunderschöne Ford Focus ST2 mit Lederstoff-Paket könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Mit fünf Türen bietet dieser ST-Turnier besonders viel Platz. Abgedunkelte Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. 19 Zoll Alufelgen unterstreichen den sportlichen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vordersitze bieten viel Komfort und jede Menge Seitenhalt. Fußmatten gibt es bei uns natürlich dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem ST schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Herbex, Nebellampen vorne und der heizbaren Frontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Navigationsgerät gehört auch ein CD-Radio und eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem Kracher Ford Focus ST-Turnier und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne Verlängerwagen. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.